Und wir sind mal wieder im Kloster. Äh, ich werde gleich mal probieren. Ich hab ja beim letzten Mal herausgefunden, ich nehm trotzdem schon mal hier meine Kehche mit, ne, zum dritten Mal. Ähm, herausgefunden, dass König Ober da noch liegt, mit seinem Stäble. Das hört sich komisch an. Ähm, vielleicht kann ich dann trotzdem, ähm, nochmal mit Innos reden, wenn ich das habe. Das könnte vielleicht klappen. Ja, ich weiß, ich weiß. Jo. Sicherheitshalber nicht. Irgendwie sterben ab und zu die Leute. Naja. Hab ich alle? Ja, zwölf. Probieren wir es doch gleich mal aus. Ich würde direkt einmal mich zu dem Thronsaal porten und gucken, ob es klappt. Weil da lag der liebe Ja. Äh, Xardas? Xardas bräuchte nicht. Thronsaal. Äh, tja. Der hing da ja noch rum. Und Lisa? Nichts. Du, alle Leichen sind weg. Die verschwinden alle. Der bleibt hier noch liegen. Quester folgt das Zepter von Varant. Ich würde mal schauen, ob das ausreicht. Ich hab, ich fühl's irgendwie nicht so, weil wir ja mit denen nicht gesprochen haben. Mit einem Enos-Vertreter, nennen wir's mal so. Aber vielleicht. Oh doch, es geht. Enos, ich will für dich kämpfen. Erfahre meinen göttlichen Willen. Es ist an der Zeit, das Chaos zu beenden und die Welt neu zu ordnen. Ich bin das Feuer des Lebens. Der Diener Belias muss fallen, damit die Flamme der Ordnung erstrahlen kann. Töte den Anführer meiner Feinde. Töte Zuben. Das Volk von Myrthana dürstet nach Freiheit. Du wirst sie ihnen bringen. Beende die Herrschaft der Orks und befreie das Land von der Unterdrückung. Wähle nun selbst, welche Macht du besitzen willst. Okay, hier kann ich das auch wieder ausführen. Wie bei Belia, ne? Gib mir Wissen. Okay. Ähm. Myrthana befreien. Also alle Orks wieder erledigen. Das hat was, ne? Also, das, das finde ich schon gut. Finde ich schon. Finde ich schon wieder cool, ne? Auch bei Belia fand ich das mega cool. Ich finde, Xardas hätte auch noch so eine Aura gebraucht. Ich meine ja nur. So ein bisschen, ne? Man darf auch mal seinen Spaß haben. Ähm. Zuben vernichten. Das wird dann genauso, äh, schön wie vorhin. Wie vorhin. Haha. Wie mit, äh, in der letzten Folge. Ich denke mal, mich würden wieder alle angreifen. Und ich habe aber ein Krönchen. Ich will das aufsetzen. Das ist zwar das vom König, aber egal. Der Helm wäre auch besser, aber nein. Wir laufen hier mit einer Krone rum, ne? Wir machen das richtig ordentlich. Und ich kann mir doch jetzt Feuerregen besorgen. Frag für einen Freund. Das Problem ist, ich habe ja so, ich habe nur den Feuerball von den Innern Sachen gelernt gehabt. Aber ich müsste doch jetzt Feuerregen, also direkt, direkt zum Schreien. Direkt. So, Olivier. Du kriegst zum dritten Mal den Kelch. Hier, nimm diesen Kelch. Er wird dir deine Magie zurückgeben. Danke. Ich danke dir. Verfüge über mich, wenn du willst. Ja, ja. So. Es ist nur, weil ich den eh sehe. Ich muss da ran. Geh weg. Komm mit. Komm mit. Los geht's. Kann ich jetzt einen schreiben? Ja. Das funzt nicht so. Oh, oh, ich häng. Komm mal mit, Olivier. Jetzt so. Ähm, hohes Wissen. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Ich würde Feuerregen können. Oh, das höchste Wissen. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Feuerregen. Ilneserland, Feuermagier. Oh. Das kann ich aber, glaube ich, gar nicht lernen, ne? Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Das ist bestimmt der Typ, der, äh, den ich getötet habe aus Versehen. Wartet mal, hier läuft da so ein Magier rum. Ähm, nicht, dass ich dieses bei Charybdo, der, äh, nicht mehr da ist, machen muss. Was ist denn dieser eine Magier? Der läuft ja manchmal auch hier umher. Was ist denn? Wilden kann der das nicht beibringen. Ach da. Ah, guck. Bring mir etwas über alte Magie bei. Natürlich jetzt blöde. Zum Beispiel, gibt es denn noch die Waren, glaube ich, alle nicht so richtig imstande dazu. Ich glaube, Charybdo ist quasi der höchste gewesen, ne? Das ist jetzt natürlich etwas blödem. Ja, na dann. Ich erzähle ein blöder. Kein Feuerring. Weil ich kein Feuermagier bin und das nicht lernen kann, weil ich Schwarzmagier bin. Und ich könnte ja auch, selbst wenn ich lernen, Charybdo ist tot. Ähm. Weiß nicht, welches Item, wenn es ein Item gibt, wäre eventuell so wie mit... Da kann ja eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig sein. Zeig mir deine Ware. Äh, weil ich hatte ja mit der Adanos-Ruwe, war ich ja trotzdem auch Wassermagier und Schwarzmagier zur selben Zeit. Naja. Egal. Dann, äh, das geht nicht. Das ist natürlich blöd. Ich würde trotzdem einmal... Ich brauche mal kurz eine Belia-Statue. Vor Geldern. Ne, nicht vor Geldern. Vor... Montera. Ich muss ja eh die Städte... Zum muss ich aufräumen. Ich muss... Ähm... Alle Orks fertig machen. Ja. Ja. Dann einmal nach... Mal gucken. Vielleicht kann ich trotzdem den Blitz leeren. Es war mir eigentlich nicht so, dass es geht. Sondern erst, nachdem ich mit Belia gesprochen habe. Aber jetzt alles einmal komplett aufräumen. Bolivier wartet. Achso. Den hatte ich noch im Schlepptau. Ähm. Aber jetzt alles aufräumen, ohne dass man irgendwie wirklich... Ach. Nee. Ah. Ich... Nee. Nee. Bin ich schon ein bisschen faul, ne? Also... Nein. 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 Ich darf auch nicht mehr zu einem Belia-Schrein reden. Okay. Das macht die Sache natürlich nochmal viel besser, weil ich jetzt auch für Innos kämpfe. Ich kann halt nichts, ne? Guckt euch das an. Und Feuerregen geht nicht. Nicht, weil ich Voraussetzungen Feuermagier brauche. Und ich suche jetzt nicht alle möglichen Sachen nach, sondern ein Item. Da brauche ich länger, als wenn ich das jetzt mit dem Dämon mache. Ja, okay. Schade, schade. Dann würde ich, ähm, Olivier einmal sagen, ich brauche dich nicht. Und in jeder Stadt... Ach, die Leute sterben halt, ne? Ich kann... Aber... Das ist doch gemein. Nein. Ich bin nicht bereit dazu. Also, ich darf auch nicht mehr zu einem anderen Gott beten. Obwohl ich Schwarzmagier bin. Und ich habe mir das vorher nicht aktiviert. Das nenne ich mal, äh... Gute Planung. Ich habe gar keinen Bock, die ganzen Städte nochmal zu machen. Jetzt einfach mit einem Feuerball, ne? Also, das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Das ist schon wieder irgendwie ein bisschen, äh, blöd. Blöde Planung gewesen. Ich habe das noch kurz mal vergessen hier, dass ich ja komplett Schwarzmagier bin. Wo ist denn jetzt dieser komische Olivier? Wo ist denn der Hansel jetzt? Komm her, putt, 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 putt. Ich traue da auf, wenn ich schlafen gehe. Der Stand wartet. Jetzt bin ich ja extra zurückgekommen. Und ich lade das ganze Ding gleich nochmal neu. Wenn das jetzt, weil das Problem ist. Das stört mich, weil ich möchte ja einen anderen Begleiter vielleicht mitnehmen, wenn ich in der Stadt bin. Ja, der taucht nicht auf. Oh, das ist so wieder nervig. Deshalb benutze ich sowas nicht mit Begleiter. Weil irgendwie, äh, es ist immer, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, bisher noch nie ein Game gehabt, wo irgendwas... Irgendwas war immer doof. Dass irgendwie problemlos läuft. Und der Typ ist halt einfach weg. Und ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ich lade nochmal alles neu. So, ich habe hier wie immer nochmal alles aktiviert, weil ich wirklich einen ganz alten Speicherstand nehmen musste. Ich habe mir mal so einen Stab genommen. Und zwar... Es gibt ja diverse Stäbe. Zum einen habe ich diesen Stab des Dämonenbeschwörers seit Ewigkeiten. Und mir ist aufgefallen. Den hat man gar nicht so doof auf dem Rücken. Das mag ich nämlich nicht. Hier so wie bei Milton und so. Und so wie bei Xadas und ähnliches. Mochte ich das nicht, dass der Stab so auf dem Rücken ist. Und den da haben wir so in der Hand. Das ist ja viel, viel cooler. Das ist mir noch nie aufgefallen. So wäre ich ja rumgelaufen. Aber ich habe den Stab. Der haben wir hier... Ich habe ja noch die Robe von Adanor. Soweit habe ich noch, ne? Äh, die wollte ich nicht anziehen. Wassermagier-Talent. Und es gibt diesen Stab, wo ich auch hier Feuermagier-Talent habe. Das Problem ist, ich kann diese Stäbe nicht ausrüsten. Und ich muss jetzt eigentlich jemanden noch finden, der mir was... Bring mir etwas über alte Magie bei. ...das beibringen kann. Und er kann das nicht. Und dann könnte ich vielleicht doch probieren, ob ich das Feuermagier-Gedöns hinbekomme. Muss ich natürlich überlegen, wenn man was über Stäbe beibringen kann. Ich glaube, das war hier... Red Dog. Dieser komische Sebastian oder so. Da müsste ich jetzt einmal alles abklappern. Das ist ein bisschen blöde. Aber das ist jetzt meine Idee in der Hoffnung, dass ich Feuerring benutzen kann. Weil ich hatte erst ausprobiert, weil ich ja eh alles neu laden musste. Weil Olivier war verschwunden. Hatte ich ausprobiert gehabt, was anderes zu machen. Und zwar in die Belia-Starter zu gehen. Aber ich kann das höchste Wissen nicht erlernen. Obwohl ich Schwarzmagier bin. Dafür muss ich erst kommunizieren. Das ist das Problem. Mit Enos. Und wenn, sobald ich das gemacht habe, ist dann auch schon wieder vorbei. Und mit Belia kann ich auch nicht mehr kommunizieren. Denn das ist halt ein bisschen blöde gelaufen. Und ich schaue mal, ob ich das mit dem Stab vielleicht noch irgendwie hinbekomme. Aber da... Ich muss erst... Ich hoffe, ich habe genug Lernpunkte dann, um alles auch noch zu lernen. Das ist noch ein Punkt. Weil ich brauche zum einen jetzt... Punkte, um das mit den Stäbchen zu lernen. Und danach brauche ich noch Punkte, um die Zaubersprüche ja trotzdem noch lernen zu können. Da bin ich mal gespannt. Aber trotzdem, hier, ne? Das meinte... Ich habe das nie, ne? Mit dem Stab. Das ist viel cooler, wenn man den in der Hand hält. Bring mir etwas über alte Magie bei. Hm, der hat auf jeden Fall oben. Hier, magische Stäbe. Zeige mir, wie ich magische Stäbe benutzen kann. Nimm den Stab in deine Hände und spüre seine Energie. Erforsche diese Energie. Und bringe sie mit deinem Geist in Einklang. Immer. Nur dann können die Kräfte des Stabes mit deinen eigenen verschmelzen. Oh, ich hätte noch 71 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob es passt. Kann ich eigentlich mir auch ein passendes Kittelchen dazu holen? Ah ne, ich glaube, das geht auch nicht, ne? Weil ich jetzt schon... Auch die... So weit kann ich nicht zurück. Dass ich jetzt auch noch meine Robe anpasse, weil das ist einfach nur die schwere Assassinenrüstung. Ich glaube, ich würde hier keine Robe... Das würde etwas zu weit gehen. So, würde das jetzt funzen? Okay, das würde funzen. Den haben wir auch in der Hand. So, perfekt. Dann muss ich jetzt noch nachholen. Ich wollte das jetzt alles vorher machen, weil sobald ich mit Inner spreche, habe ich halt Probleme, dass irgendwas anderes nachher nicht funzt. Es ist etlich hier so ein kleiner, kritischer Faktor. Jetzt könnte ich aber wieder das nachholen und nochmal mit Inner sprechen. Das würde ich euch aber wahrscheinlich auch nochmal rausschneiden. Es war ja jetzt quasi schon... Ich wollte einfach nur gerne sowas wie ein Feuerregen oder sowas ähnliches haben, weil wenn ich jetzt alle komischen Städte machen muss, das ist mir zu viel. Karyptowald tot. So, warte. Und jetzt wartet. Wartet mal. Das ist eigentlich... Das ist krass, was das geht. So. Ich bin Multitalent. Ich bin Multimagier. So läuft das hier. Ich bin Multimagier. Das muss man halt auch erstmal schaffen, ne? Das ist... Das ist etwas andere dann. Wieso ist hier ein Krönchen? Sehr lustig. Habe ich gar nicht gesehen. Äh, Konzentration. Innos. Konzentration. Ja. Rede ich nochmal mit Innos. Der wird mir jetzt meine Sachen wegnehmen zum Teil. Und dann gucken wir mal. Das schneide ich euch aber raus. So, Innos aktiviert. Jetzt habe ich nichts mehr an, weil er mir meine Grube weggenommen hat. Und jetzt habe ich leider den... Wieso habe ich jetzt den Stab auf dem Rücken? Äh, ja. War das eigentlich so cool, dass man den in der Hand hatte? Das ist so eine Sache, ne? Die kann gar nicht alles haben. Würden jetzt, äh, manche sagen. Klar, ist jetzt auch hier ein bisschen blöd gemacht, den Weg. Man hätte es anders machen sollen, ne? Aber sobald ich das Zepter habe von Rova, ging es halt trotzdem. Das hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht, ne? Ich würde gerne jetzt an den Schrein. Mal wieder diesen Kelch, ne? Ich habe das mal in Schnellform gemacht. Komm mit, alles klar. Ich muss den... Diesmal lasse ich ihn aber hier. Ich muss aber einmal da in den Schrein. Was muss ich jetzt machen, um Feuerregen zu lernen? Ich muss alle Sachen davor wahrscheinlich erst noch lernen, ne? Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Und das habe ich beim Belial-Schrein vorhin auch nicht nochmal hinbekommen gehabt. Dazu bin ich noch nicht bereit. Gehendes Verlern-Feuer-Magier. Aber das habe ich doch. Mit dem Stab, dachte ich. Bin ich jetzt kein Feuermagier mehr. Okay, also der Stab alleine reicht uns nicht aus, um das zu machen. Da steht trotzdem, dass es fehlt. Also er sagt mir nicht andere Sprüche, die fehlen. Ich würde einfach mal ganz kurz sowas wie Flammenwelle, ich finde das total blöde, mal kurz lernen. Jetzt mal Meteor. Vielleicht aber wenigstens Meteor. Dafür brauche ich Flammenwelle. Dann wenigstens das. Also ich kriege Feuerregen nicht hin. Ich glaube, das kann man nicht mit dem Bonus-Talent von dem Stab faken. Man muss es richtig lernen scheinbar. Okay, das ist natürlich hart. So Flammenwelle habe ich jetzt einmal gelernt. Dann jetzt... Nee. Meteor. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass Meteor sowas ähnliches, ne? Dass ich das so machen kann wie mit dem Blitzgedöns. Kann ich jetzt vielleicht Feuerregen? Dazu bin ich noch nicht bereit. Fehlendes Talentfeuermagier. Also ich brauche halt wirklich... Man muss es richtig lernen. Also als Bonus-Dings kann man das nicht machen. Ist nicht möglich. Oder muss ich das richtig anders ausgerüstet haben? Das sieht so dämlich aus. Das tut mir leid. Ich finde die Stäbel... Sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube aber nicht. Man kann es einfach nicht verarschen. Man muss es richtig gelernt haben. Bewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Diese Petsche und so, ne? Dazu bin ich noch nicht bereit. Ja gut. Äh, ja. Dann muss ich das so machen. Dann werde ich das wahrscheinlich komplett mit dem Feuerball machen. Sehe ich schon wieder irgendwie vor mir. Ich kann doch das Zepter von vorant nehmen. Das habe ich jetzt auch so in der Hand. Das gibt mir aber kein Bonus-Talent. Ne. Vielleicht geht es auch nicht, weil ich Schwarzmagier gleichzeitig bin. Das erkennt, dass ich zwei Talente habe. Das könnte natürlich auch da dran liegen. Naja. Dann ist das so, wie das ist. Ich hätte es ja mal ausprobieren können. Geht leider nicht. Okay. Dann ist das jetzt so. Warte, Olivier. Bevor das gleich schon wieder hier ausartet. Da mache ich meine Aufgaben, die ich eigentlich für Enos machen muss. Ich dachte, vielleicht kriegen wir das irgendwie so ein bisschen hin. Können wir jetzt aber dezent zu anstrengen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich probiere den Muteuor aus. Gucken. Ist ja quasi so die Boah, also auf der gleichen Höhe wie der Blitz. Vielleicht ist es ja. Ist es ganz gut. Mal gucken. Pack es mal dahin. Flammenwelle mag ich per se nicht, ne. Ich schaue mal, wie es läuft. Ich schaue einfach mal, wie es läuft. Vielleicht klappt es. Vielleicht auch nicht. Ich beschwöre meinen Dämon dann wieder mit. Und dann ist das ganz okay. Speichern. Wahrscheinlich muss ich dann wieder irgendwo vorne anfangen. Ist aber auch schwieriger, ne. Weil ich halt Schwarzmagier schon bin. Aber man kann trotzdem so zur Hälfte schon noch in Enos weg gehen. Nicht so, wie man es eigentlich machen sollte. Aber ich will mir ja nur gucken, was, ähm, das Ende variiert. So ein kleines bisschen, was da dann kommt. Was wollte ich? Ich wollte nach Ishtar. So. Ich mache erst mal Zogen. Zogen vernichten. Ich meine, Belia will eh nicht mehr mit mir reden. Von daher. Mache ich das so wie vorher und renne dann wieder raus? Ja, ich glaube schon. Ich spreche ihn an, dann werden alle sauer und dann laufe ich raus. Vielleicht lege ich mich nochmal hier kurz ins Bett, sonst ist es wieder dunkel. Dann ist es so wie in der anderen Folge. Wo ich das, äh, auch erledigt hatte, ne. Ich lege mich mal kurz schlafen. Dann, äh, sorgen wir mal kurz für Stress. Mal gespeichert. Was ist denn? Du hast also deine Entscheidung getroffen. Das bedeutet nichts. Dein Schrei wird das letzte sein, was man von dir hört. Bringen wir es hinter uns. Ich habe viele Kämpfe gefochten und alle Gegner überlebt. Ja, aber jetzt ist es Zeit abzutreten. Dieser Kampf wird entscheiden, was mit der Zukunft der Welt geschieht. Nun wirst du sterben. Okay, krass. Äh, er hat ein bisschen was anderes gesagt als beim letzten Mal. Minimal hat da was anderes gesagt. Die Löwen greifen mich diesmal gar nicht an. Ich habe gerade gesagt, du Feigling. Also, ich mache das halt geordnet. Ich bin hier alleine. Es kommen 50 Leute auf mich zu. Da muss man dann mal, äh, gucken, wie man das macht, ne. Ich würde mir erstmal einen Dämon holen. Und dann probiere ich das Meteor-Gedöns aus. Er hat hier leider nur einen Dämon holen. Okay. Weiß nicht, wie fand's das hier? Oha. Also, auf jeden Fall ein bisschen verentziehen, ne. Und manchmal fliegen auch mehrere weg. Also hat was. Ja, okay. Es ist wie der Blitz. Es ist wie der Blitz. Na, das reicht mir, ja. Ist ja okay. Feuerring geht leider nicht. Beim nächsten Mal dann. Oh, da kommen jetzt aber ganz viele. Ja, das schaffe ich nicht mehr, oder? Ne. Da waren die schon zu nah dran. Das ist immer so ein bisschen, äh, weil wir so lang zum, ähm, Magiern brauchen. Ich sag dir gleich, das ist dein Ende. Was auch so richtig 10 Jahre gefühlt brauchen. Mal gucken. Ich sammle auch die Sachen nicht auf. Das mach ich ja ab und zu. Ähm, hab ich kein Dämon mehr? Ich hab kein Dämon mehr. Die ist irgendwie schon weg vom Fenster. Warte, ich scheiße. Mal gucken. Ja. Und wenn ich das jetzt bei allen Städten machen darf. Ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, wieder, ne? Du Hund. Ich frag mich... Ey, das hat nicht gezählt. Die müssten weggeflogen sein. Das mach ich halt auch nicht, ne? Das war mit dem Blitz auch so, dass das... Vielleicht, dass der Blitz manchmal so krass durchging. Obwohl der gerade auf die Nieder geschlagen wurde. Das hatte ich auch noch. Ja. Ah. Ah, ja, war klar. War klar. Ich glaub, das ertrage ich nicht nochmal, alle Städte zu machen. Ich glaub, das schneid ich vielleicht zusammen. Ich weiß es noch nicht. Liegt aber daran, dass... Ich mach das grad alles hintereinander. Ich hab das ja quasi schon mal befreit, alles. Das wird irgendwann, äh, mehr als uninteressant, weil man's halt... Also mich interessiert nur das Ende, ne? Weil es ist ja die ganze Zeit hardcore das Gleiche. Also, eh, weil ich jetzt alle mir einmal anschauen wollte. Deshalb erst recht. Vielleicht ist das nochmal, äh, etwas anders. Ich find's lustig, dass sie wegfliegen. So, na, guck ich mal. Da müssen ja noch ein paar übrig sein. Das scheint ja noch nicht, dass wir hier irgendwas befreit haben. Wir müssen dann auf jeden Fall das Rebellengedönszeug machen, ne? Schau! Ihn hat's nicht. Ich hab's eigentlich auf ihn gefeuert. Und ihn, das war mit dem Blitz auch so. Das hat mich so angekotzt, hab ich mich so gehalten, ne? Also, das ist irgendwas, das ist total... Die Zauber sind noch richtig, richtig doll verpackt, weil sobald die liegen, zählt dein Zauber nicht. Auch wenn du frontal, also vertikal, diese Person anvisierst. Das ist es eben, das ist halt irgendwie, funzt es so gar nicht dann. Oh ja. Vielleicht kann man noch irgendwie, mach ich das im Schnelldurchlauf. Und ja, ich glaub, ich mach das echt so. Dass ich das nicht mit reinnehme. Weil ich hab dir ja schon mal alle Städte befreit. Das nochmal so zu sehen. Ich würd's wahrscheinlich genauso machen, wie mit dem Blitz, ne? Es ist ja kein Unterschied jetzt so. Funktionieren beide nur zur Hälfte. Ähm. Und es zieht sich einfach nur hin. Hab ich keinen Dämon mehr? Befrei ist da. Aber ich hab noch gegen... noch nicht gegen Dingstebumste gekämpft. Ich muss Zoom töten. Das ist meine Aufgabe, sonst bleibt die Quest für immer offen. Wenn der jetzt wegläuft. Hab ich ein Problem. Ach nee, nee. Muss ich's nochmal machen. Da muss ich da drinnen irgendwie... Ist natürlich jetzt ein bisschen... Nee, da ist er. Da ist er. Okay, Zoom bleibt da. Zoom bleibt hier. Weil wir ihn töten müssen, ne? Okay, ich wollt nämlich grad sagen. Wie soll ich denn die Quest erledigen, wenn auf einmal Zoom weg ist? Weil ja auch die Anführer ja dann fliehen, wenn man die Stadt oder was auch immer, ne? Befreit hat. Die Region. Okay, Töte zum... hätten wir. So, ich nehm mal hier... Gab das ewigen Wanderers mit? Weiß nicht. So, dann bräuchte ich mir schon später auch noch. Ähm... Ich könnte aber trotzdem Xardas die Sachen geben, oder? Ich hab ja beide Stäbchens. Und ich kann... Aber ich hab die Adonis-Artefakte nicht mehr. Wollte grad sagen, ich kann ja trotzdem das Portal öffnen. Warum ist hier noch Kampfmusik? Hm, okay. Egal. Äh, haben wir. Also jetzt muss ich alle Städte einmal machen. Schön. Ich freu mich drauf. Wird gut. Äh, der Assassiner wollte mich direkt... Hier ist es jetzt drinne. Der Assassiner ist, äh, pisst. Das ist jetzt aktiv gewesen. Ich will trotzdem den, ähm, inner Stäble mal ausrüsten. Weil Feuermagier ja trotzdem einen Bonus hat, ne? Äh. Und das hat jedenfalls plus 100 Mana. Dann machen wir das Ganze doch mal. Ich hol mal ein Demönchen. Pakt ist Demönchen... Genau hier in die Mitte. Leute, es gibt einen Kampf! Ups. Ach so, der greift mein Dings an. Hau drauf! Es könnte sein, dass andere vielleicht hier noch, äh, einen Verletzungsschaden abbekommen. Okay. Dann, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Noch mal überlegen, ob ich das jetzt zusammenpacke oder nicht. Mal gucken. Es ist halt echt ein Schnäus. Aber es ist krass, man kann eigentlich... Und das, so wie der Assassine zum Beispiel reagiert hat, weil ich hab halt Zoom verraten, das würde ich mir freuen, wenn das so was, sage ich, wie früher passieren würde. Weil ich kann doch mit allen nicht Tutti-Futti sein, wenn andere auch verfeindet sind und so. Tja, da wurdest du noch weggeschleudert, mein Lieber. Oh, nee, ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Gefällt dir euer, meinen Dämonen nicht? Oder warum wollt ihr immer zu mir? Eigentlich könnte ich auch mit dem Feuerball machen, ne? Aber ich hab die Hoffnung, dass vielleicht noch jemand anders was abbekommt. Dafür müssen die Feen näher zusammenstehen. Ich hab halt einfach keinen Feuerring, ne? Ich hab null... Ich hab überhaupt keinen Feuerring. Wenzel! Wie kommt denn der da raus? Ich hab den doch noch gar nicht rausgelassen. Hä? Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Oder den Text kennen wir, ne? Den Text kennen wir. Habe ich schon ganz oft gemacht. Aber es ist krass, er hat sich von alleine da jetzt rausgeholt. Ich hab... Welchen Stab hab ich denn jetzt? Den war hier Stab. Gerne. Ja. Ja, gut. Ja, dann... Das haben wir gemacht. Jetzt kann ich mit dem einen Rebellen nochmal reden. Dann gehe ich in die nächste Stadt. Aber Wenzel, weil der war... Der war direkt draußen. So, das hatten wir auch. Na dann. Okay, der ist dann irgendwie doch da von alleine irgendwie raus. Gehen wir weiter nach Montero. Weil ich doch immer die ganzen Städte so gerne befreie. Und so. Ich war auf demselben Weg, wie ich es sonst auch gemacht habe. Deshalb, äh... Ja. Bis, äh... Später. Okay, ich war jetzt in, äh... Fahring. Die Laven kamen auch gerade hier raus und haben alle geklatscht. Ich bin durch. Mit den Städten. Zumindest stand da jetzt, dass Methaner befreit ist. Keine Ahnung. Ich muss nicht... Methaner, das ist eigentlich alles. Das war ja jetzt Mittelland, oder? Oder ich hab's immer durcheinander gebracht. Das kann auch sein. Ähm... Die Orks in Varand muss ich scheinbar nicht töten, die paar, die da sind. Keine Ahnung. Roba... Zuben ist ja auch schon tot. Das ist tot. Das heißt, ich bin durch und ich könnte eigentlich wieder mit Innos ein Pläuschchen halten. Ja, hier. Erledigt. Dann würde ich schauen, ob ich mich mit Innos unterhalten kann. Mal gucken. Oder ob ich jetzt was vergessen habe. Aber eigentlich hieß es Zuben und Methaner befreien, ne? Dachte ich. Ne? So ungefähr. Du hast Großes vollbracht. Das Volk von Methaner ist frei und die Orks sind besiegt. Der Diener Belias ist gefallen. Zuben ist tot. Ohne ihn wird die Herrschaft der Assassinen bald vorbei sein. Enos, ich habe deinen Willen erfüllt. Du hast in meinem Namen gekämpft und du bist siegreich. Nun gewähre ich dir einen Blick in die Zukunft. Danke. Das wollte ich hören. Du musst nichts weiter machen, okay? Die königlichen Truppen und die Paladine werden wieder zahlreich werden und an Macht, Stolz und Stärke wachsen. Lange Jahre trachtete Lee dem König nach dem Leben wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lees Rache an ihm vollendet. Lee wird nun General der Armee. Seine starke Führung wird die zersprengten menschlichen Truppen wieder vereinen. Gorn bleibt in Gotha und wird die alte Burg wieder aufbauen. Es wird ein Zufluchtsort für all diejenigen sein, die der Krieg noch nicht ganz zerstört hat. Die Herrschaft der Orks ist zerschlagen. Nach dem Tod Robas des Zweiten besteige ich seinen Thron und werde selbst König von Myrthana. Die Überlebenden des Krieges kehren zurück in ihre Städte und Länder. Dem Königreich der Menschen blüht eine lange, friedliche Zeit. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Morazul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Ja, ist er ein Handelsimperium? Die Kultur der Nomaden verschwindet im Sand der Wüste. Lester hat endlich seine langersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Lester hat immer das Gleiche. Anga ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit in den Ruinen von Varand. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Was mit Diego hat sich verändert? Ich dachte, Milton hat auch einen anderen Text. War das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher. Alles wird gut. Wir sind durch, ne? Ja. Wir sind durch. Alle drei Enden habe ich gemacht. Ich hoffe, die Musik eskaliert gleich nicht. Halt, komm, so wie sonst. Ansonsten, wisst ihr bestimmt, was ich sagen wollen würde? Lassen wir das einfach mal. Ach, es kommen erst die vom Patch. Okay. Also erst die Credits vom Patch und ich glaube, danach kommen die anderen. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, dieses Spiel ohne Patch zu spielen. Ich kenne nur Erfahrungsberichte, wo es, äh, sensationell gut lief. Deshalb, ähm, dazu kann ich ja nichts sagen, ne? Ich würde es auch nicht wagen wollen, das Game ohne Patch Petsche. Ja, mehrere drauf zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das wäre mir vielleicht etwas zu viel. Ähm, genau. Aber wir sind durch. Ich glaube an sich per se, wenn diese, wenn es wirklich mehr Zeit gehabt hätte, es sind ja richtig coole Sachen dabei, ne? Wäre es geil geworden. Also man hätte richtig viel mit diesem Rufsystem machen können und mit so anderen Sachen, je nachdem, was man vielleicht auch für Klamotten trägt. Ich glaube, es ist ja auch in Gothic 2, ne? Weil es ist ein bisschen, ich glaube, schon ein bisschen kurios, dass ich trotzdem alle drei Enden machen kann, obwohl ich zum Beispiel schon Schwarzmagier bin und so, dass Innos noch mit mir redet, so, so, ne? Das wäre, glaube ich, so ganz cool, wenn man am Anfang, je nachdem, ne? Sich eine Richtung auswählt und dann diese Richtung spielt. Aber vielleicht kommt es ja noch mit Mods, etc. Ich hatte da ja, äh, ich ja da nochmal, ich hatte einmal gefragt, hab die Kommentare gelesen, hab da nochmal geguckt, hab, da ist ja was in der Mache. Ansonsten, die anderen Sachen, die ich bisher gesehen hatte, die es als Mods gab, waren halt, dass die Klamotten einfach mal stimmig passen und sowas, ne? So, so eine Kleinigkeiten und so, aber nichts, dass es den, ähm, das Spielerlebnis so mit anpasst, ne? Für Gothic 1 und 2 gibt es ja so Total, was weiß ich, Hardcore Mods, wo man halt die Story noch mit verändert hat. Wäre halt hierfür auch cool, ne? Aber ich glaube, Zeit Gothic 3 ist ein bisschen schade, dass das ein bisschen, ja, so schnell gemacht wurde, weil es wäre, wenn es diese ganzen anderen Sachen nicht wären und ich glaube, dass es nicht diesen Ruf hätte, von wegen, es ging gar nichts, als man das Game gekauft hat und gestartet hat, als es rauskam, wenn der Ruf nicht da wäre, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, ne? Ich bin bloß per se, hab ich ja schon gesagt, hab ich nicht so der Fan davon, wenn man am Ende nur diese A-Nach-B-Quests hat, also primär dies, komm dann wieder und erzähl mir das, Quests, Gedöns, deshalb, da ist es ja dann bei mir ein bisschen anders, da finde ich das generell dann nicht so cool und es gab fast nicht alle manche Quests fand ich dann wieder richtig cool, ich glaube, das war vielleicht etwas, was auch sich vorüberlegt wurde, wo man dann nicht mehr im Nachhinein probiert hat, okay, wie machen wir jetzt mit der Welt, dass wir die nicht so, dass wir dort halt noch Action reinbringen, nicht Action, aber im Sinne von, dass man was macht, dass man das vielleicht noch anders gehandelt hätte, weil die Welt, ich fand, für das Alter von dem Game, fand ich jetzt eigentlich doch, ich weiß, er kam auch viel mit Patch-Gedönsachen und so, war doch cool, klar, manche sagen vielleicht, die Wüste ist eintönig, aber eine Wüste ist ja auch so, ich finde das hat gut gepasst, ich hatte, die Wüste an sich, ich hatte nur vielleicht meine Probleme mit den Ruinen, weil es halt die gleichen Ruinen waren, aber klar, du hast keine Zeit, also nimmst du immer dasselbe Asset, ist dann so, ne, ja, weshalb, aber ansonsten, war das eigentlich, also, wäre es voll cool, ne, wenn man dann, ich glaube, nochmal drei Jahre mehr Zeit gehabt hätte, keine Ahnung, ne, ihr kennt die Probleme, so eine Sachen, dann wäre wirklich, wirklich cool geworden, sehr schade drum, aber ich, ich glaube, ich hätte mit Gothic 3 anfangen sollen, dann hätte man nicht das so doll zu dem 1 und 2 so gemerkt, ne, weil ich fand es bei 1 und 2 eigentlich ganz cool, dass es wirklich mal so anders war und nicht diese A und B Sachen waren, naja, mal gucken, was noch kommt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ohne Mods oder ohne irgendwas anderes nochmal spielen werde, ich denke eher nicht, also auch so offline, im offline Leben, nennen wir es so, sondern dass ich es wahrscheinlich eher, wenn ich es nochmal spiele, weiß ich nicht, das muss aber dann, wie gesagt, dann komplett was anderes gemoddetes sein, ja, weiß ich nicht, mal gucken, wo hat der Unterschied von den Credits, das sind jetzt die richtigen, also die Credits vom Game, nicht vom Patch, ei, 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 die Qualität, ich weiß gar nicht, ob man das gerade lesen kann, joi, joi, naja, genau, mal gucken, auf jeden Fall so, es gibt schlimmere Games, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es ohne das, ohne die Patch-Gedönsachen spielen würde, ja, ist ein bisschen schade, aber wenn man mal überlegt, eigentlich für die Zeit, ja, eigentlich cool, was drin ist, mich stören nur so viel, ganz viel andere Sachen, das nimmt irgendwie so den Spielfluss dann leider raus, aber wie gesagt, vielleicht kommt da noch irgendwas, ich bin durch, für mich fand ich jetzt vom Ende her, also es sind ja drei Enden gewesen, für so einen Abschluss, so logisch, von wegen, was würde man machen, wenn man jetzt das rauslässt, von wegen, bin ich Schwarzmagier geworden, Feuermagier, oder was auch immer, wenn man das jetzt irgendwie so außer Acht lässt, wäre das allgemeine Ende, mit was gut passen würde, um das halt auch abzuschließen, und was eigentlich auch logisch sein würde, nach jemand, alle tausend Jahre und so, und Krieg und Götter, Krieg zwischen Göttern, fand ich jetzt das, ähm, Xardas Ende logischer, weil man das jetzt einfach sagt, okay, wir wollen ja hier auch mal die Geschichte, die man immer wieder kennt, die sie fortführt, mal beenden und so, aber naja, wenn man halt theoretisch für Belia gekämpft hat, sollte man ja eigentlich wahrscheinlich eher in die Richtung gedrückt werden, ne, vom Ende her, naja, ich hab mir alle drei angeschaut, weiß gar nicht, gab's jetzt ein Adanus Ende, weiß ich nicht, wenn man Xardas Ende als Adanus Ende sehen würde, wegen Gleichgewicht, Gleichgewicht ist, wenn gar keine göttlichen Artefakte mehr da sind, und kein Gott gerade so die Herrschaft hat, ist ja das Gleichgewicht auch da, keiner hat gewonnen, also je nachdem, wie man das jetzt sehen würde, ne, nö, an sich, sind wir durch, mal gucken, genau, äh, das, äh, nicht vorhaltene Gothic, äh, ich weiß nicht, ob ich das spielen werde, ich weiß auch, hierfür gibt's ne Erweiterung, was, die selbstständig ist, ne, Götterdämmerung oder so, hm, glaub ich nicht, äh, seh ich mich nicht, ich glaub, das, äh, verkraftet niemand, wenn ich mich irgendwann dazu durchringe, würd ich, glaub ich, eher so ein zusammengefasstes Video machen, also wenn ich's dann irgendwann spielen wollen würde, aber ich würde wahrscheinlich eher wieder mir was von Gothic 1 und 2 von den Mons angucken und sowas, da zieht's mir eher hin, beziehungsweise, Risen hatte ich mehr geholt gehabt, und das anschauen, aber so Götterdämmerung oder so, seh ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht, das würd ich, glaub ich, auch nicht alles so das machen, sondern eher wieder so ein, in einem langen, vielleicht so ein Sketch-Video, die ich eigentlich auch mal wieder weitermachen wollte, wenn ich mal die Zeit hab, eigentlich hätte ich jetzt Zeit, meine Einprüfungen sind vorbei, egal, genug gelabert, wir sind durch, ich hab in den Folgen schon sehr viel so gesagt gehabt, ich hab quasi das nochmal so zusammengefasst, genau, es wär, glaub ich, wirklich richtig cool geworden, wenn es mehr Zeit gegeben hätte, jo, dann hab ich nicht mehr viel zu sagen, außer, mal gucken, was man, als nächstes, was von Coffee kommt oder von Risen, weiß ich jetzt auch nicht und danke, dass ihr mit dabei wart und es war mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken und ciao!